moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge mampfen und bewerten heute mit dem betta fish tuna sandwich classic das ist ein rein pflanzliches convenient sandwich mit veganem aufstrich typ tunfisch auf basis von europäischen meeresalgen und pflanzlichen protein ohne soja gewicht stimmt alles nice ja just like tuna made from plants heißt es hier das bedeutet wir haben hier wirklich ein veganes produkte wenn wir dieses sandwich in uns auf nehmen sind pro sandwich 246 kilokalorien fertig das fett da drin sind 15 gramm 1,2 gramm davon gesättigte kohlenhydrate 19 davon gramm davon gezüge er 2,7 gramm ballaststoffe 4,6 gramm und eiweiß 6,5 gramm salz ist auch noch mit dabei 1,1 gramm ja wie schmeckt dann das tuna von beder fish ja also ich vermisse ein bisschen so den klassischen thunfisch geschmack also man es schmeckt so ein bisschen mehr wie sardellen area obwohl wie gesagt ist vegan es ist kein fisch drin es musste kein tier sterben es musste nichts alles alles gut sehr gutes konzept nur der geschmack der ist wirklich anders die mayo ist jetzt nicht so schön intensiv fettig oder so das ist wirklich gewöhnungsbedürftig das brot ist ein tick zu trocken meines erachtens ist nicht saftig genug und der der thunfisch geschmack ist es schon ähnlich wie thunfisch aber man merkt noch einen großen unterschied zu guten thunfisch sandwiches kombiniert thunfisch produkten im handel sonst finde ich deshalb gebe ich dem betta fish tuna sandwich classic eine 6 von 10 punkten es ist natürlich es ist essbar es ist ohne frage essbar es schmeckt auch okay aber es ist jetzt nicht das überflieger ding finde ich ich sage vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives wieder und bis zum nächsten mal zun zun